und nachdem etwas wie soll man dieses Intro nennen ein wenig weißt du wirklich wo es lang geht hast du Zweifel die Rote schon fast naja nicht wirklich da hoch irgendwo das ach hier okay ich hab irgendwie vor dem ich hätte jetzt eigentlich gar nicht gedacht dass wir noch diesen Einbruch in dieses Museum spielen es wurde eben nicht erklärt wie man eine Stufe runter geht per Kreis halt ne ist hier was ich dachte da wär was was machst du da hinten was hat ich hier mit mir zu moderieren kommst du das kann nicht sein wir sind irgendwo falsch abgebogen hey wetten dass wir da genau in den Heizraum kommen und dann sind wir drin wie Papa Errol was was na Flynn was soll das hilf mir einfach ach guck mal hier da haben wir das los geht danke die Hilfestellung aus die Räuberleiter aus The Last of Us so Biba Biba Brüder man sieht hier grad gar nix aber ist okay auf geht's alles klar so ach guck mal da ist Räuber Diebe so das ist der erste Bescheid byzantinische Goldmünze byzantinische ja byzantinisch byzantinisch klingt aber komisch byzantinisch 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 klingt aber komisch klingt irgendwie dann stimmiger ich finde das der hier vorne sieht so ein bisschen aus wie Kaiser Barbarossa oder sowas ich kenne nicht für Kaiser Barbarossa Bildungslück nein Spaß ok wir müssen dann hier rüber lass es halten greif mal die Leiter da oben ok ok das klingt auch halt wie so ein Funk guck mal wie bei The Last of Us wird man jetzt hier ja hab sie dir runter geworfen ups jetzt hier hoch oder was ok hier geht's zum Hof hm ich hab aber das Setting wird noch ein bisschen schöner aber das im Wald fand ich halt schon geiler hm hm nein da gehen wir nicht lang ich brauche meine Haut noch ok hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben vielleicht findest du's ja no hier ist eine Leiter ob ich da wohl hoch muss Controller wichsen gut jetzt so nach dem Essen bin ich irgendwie so voll wow oh was macht denn der Jims Bonte das war so ein bisschen sprachlos du bist so zufrieden gerade ja dass du dich reden kannst wahrscheinlich so befriedigt ja aber guck mal hier machen wir eine neue Funktion ah ne hast du das jetzt hast du das eben gesehen die neue Funktion das Schwingen und so oh 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 das stand da grad nicht in der Anleitung die Depp verdammt ja 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 ist ok ja ok 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 so jetzt da lang so jetzt da lang ne das war auch nicht so alter der Boden ist gebrochen weil er da drauf gefallen ist richtig richtig ja das ist echt so nein falsche Seite ah ok drücken sie beim Gegenstand Kreis um in Deckung zu gehen ok das wissen wir ja schon ok ok hier um die Ecke muss eine Tür sein hier gehen wir rein wenn wir durch sind geht alles nach Plan verstanden? wie in alten Zeiten oder? ich bin noch hier oder? mit dem ich bin noch mal so die Welt und halb stehen ok da ich fixing alte Ausstellungen die grad nicht ausgestellt wird scheinbar Hier muss eine Tür sein, aber hier ist... Ah, da ist doch eine Tür. Ist das eine Überwachungskamera da oben? Okay, jetzt müssen wir nur Kabel folgen. Ja. Ist das der Verteiler? Ja. So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Tö-tö-tö. Mist. Den nehme ich. Schlaf gut. Richtig ist das, das ist ein Screed. Ne? Das ist vor allem so laut los. Da ist der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Wie bei Charlie. Ja, wohin? Wo ist da hingelaufen? Ach, da. Da ist so ein Deckung, aber. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Ja, dieses mit dem Anschleichen, glaube ich. Haben die neu gemacht. Sonst ist, glaube ich, alles gleich. Und dieses Schwingen, was man jetzt machen kann. Klish, was man jetzt machen kann. Nein. Hey, ne! Wir sind gut. Genau, ich mach alles oder was? Ist doch immer so. Wie bei The Last of Us hast du gesehen? Es würde mich interessieren, ob The Last of Us voranschautet 3 oder... oder... Ja, mach mal. Das interessiert mich grad'n bisschen. Wie die Release-Daten der Spiele. Nein. Deswegen musst du's komplett vergleichen. Okay, ich folge dir, Mensch. Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Hat der Bruder Oma-Mann gesagt? Ist das hier oben? Okay. 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 Dann kam nach Anschattet 3 raus. Oh, okay. Anschattet 1 kam 2007, 2 2009 und 3 zwei Jahre später 2011. Also alle zwei Jahre und erst kam 2013 raus. Also nochmal zwei Jahre später. Dann wird wahrscheinlich... Ja, und jetzt insgesamt... 5 Jahre später kommt der vierte Teil für Anschaffung. Haben die sich ein bisschen Zeit gelassen. Hm. Gute Nacht, süßer. Ja. Also sonst waren es mal zwei Jahre und dann geht's 5 Jahre. Beziehungsweise dazu gelassen was uns 3 Jahre. Okay. Na gut, dafür kann man das Remaster jetzt so. Ja. Von beiden Spielen im Prinzip. Also von... Können wir das anheben? Können wir darunter durchkriechen? Hey. Hey. Nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Warte. So, wofür da... ...kabelsen verteilen? Dann geht's auch rüber. Ähm... So, wofür da... Ach, da geht's hoch. Ich verstehe. Okay. Wie komm ich da hoch? Hm. Ich lauf mal wieder ganz hoch. Vielleicht kommt man davon da irgendwie besser. Drauf. Vor allem so unterschätzt irgendwie. Meistens. Glaub ich. Wie meinst du unterschätzt? Als Getränk. Mhm. Ähm. Na, für viele ist es ja kein Getränk. Ach so. Es ist nicht flüssig oder so. Ja, aber das schmeckt halt viel. Nicht, weil es anlieglich bitter ist. Was? Wann ist Wasser bitter? Gibt doch Leute, die sagen Wasser ist bitter. Echt? Ja. Ich kenn nur Leute, die behaupten, Wasser hat keinen Geschmack. Wasser ist halt Wasser. Natürlich hat Wasser einen Geschmack. Ja, Wasser. Ja, so einen westrigen Geschmack halt. Keine Ahnung, wie man das besser beschreiben soll. Ja, aber man kann sich beschreiben, wenn es kein anderes Ding gibt, was nach Wasser schmeckt. Es gibt nichts anderes. So, wie komm ich da jetzt hoch bitte? Muss ich hier die Tür entlang? Ah. Das muss man auch erstmal wissen. Oh, da läuft einer. Oh, pass schon, denk ich. Okay. Ist aus. Das muss ich die ganze Arbeit machen. Das schicken wir nur da rum. Das sind halt Videospiele. Natürlich muss man da alles selber machen. Okay. Okay. Zwei. Drei. Lassen. Hast du's? Schnell. Okay, okay. Los. Beeilung. Moment. 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 Yep. Puh. Okay. We müssen über den Hof um aufs Dach zu kommen. Okay? Lass dich mal die Drecksarbeit machen. Geht ihr noch zu vielheen! Nein, nein.